Polizei! Scheiße, Mann! Jetzt krieg ich hier gleich einen Anfall. Ja, nicht aufgeben. Gut gesagt. Sorry. Ist ja zum Kacken hier. Mann, wo ballern denn die? Verpiss dich, du Arsch, du siehst. Mann. Oh, leck mich am Arsch, ey. Das ist zum Ziegenmelken hier. Mann, Mann, Mann. Kriegst du doch Ziegenkinder hier. Verdammte Ziegenmilch. Ja, toll, du bist wieder böse, du Arschloch. So. Nimm die Gondel zum Luftschiff, First Lady. Im Kampf knapp nicht möglich, ja. Ist klar. Ist klar. Kommt doch mal runter, ihr Feigen-Arschlöcher. Leckt mich am Arsch, Mann. Kriege bald die Krise. Sagen zu mir, ich soll mich nicht verstecken mit einem Feige. Und die hocken da irgendwo in ihren Dreckslöchern und ballern runter. Mann. Solche Ziegenmelker hier. Verdammten Ziegenmelker. Ja, ich lege dich auch rum. Arschloch. Mann, von wo schießen denn die? Das gibt's doch nicht. Jetzt krieg ich hier echt bald ein Kind, Mann. Das brülle ich hier gleich abartig ins Mikro rein. Ich gleich ausraste hier. Gibt's doch nicht. Arschgeigen da. Ist das hier? So. So. Gibt mir Salz. Scheiß Ziegenmelker da oben. Nein, keine Zeit jetzt. Hier. Mann. Luna. Das ist klar. Jedes Mal in der Aufnahme. Jedes Mal. So. Ach, jetzt geht das wieder los. Ich würde ja mal interessieren, von wo die schießen. Okay. Wenn ich jetzt wüsste, von wo die schießen. Boah, von wo schießen denn die? Ey, keine Ahnung, von wo die schießen, Mann. Ich blicke hier langsam gar nichts mehr. Hm. Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Hallo, ich weiß nicht, von wo ihr schießt. Hm. Kommt doch mal runter, ihr feigene Arschgeigen. Ach, von da oben schießen die. Ja. Scheiße, Mann. Ja, mehr als Bedarf. Ja, ich verstecke mich. Problem damit. Tja, und jetzt? Und jetzt? Ist jetzt rum. Heiliger Biber hier. Gibt's doch nicht. Mann, 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 Mann. Na, dann mach mal, Madame. Heiliger Biber, echt. Gibt's doch nicht. Also, ich bin echt ein bisschen zu blöd jetzt, zum Spielen hier. Geh an Bord des Luftschiffs First Lady. Äh, naja. Als Sie da am Strand ohnmächtig waren, da haben Sie immer einen Frauennamen gesagt. Äh, naja. Darüber will ich nicht reden. Äh, tut mir leid. Es geht mich auch nichts an. Woher stammen Sie, Mr. DeWitt? Aus New York. Was haben Sie dort gemacht? Sowas ähnliches wie hier. Nichts, was man unbedingt in seinen Lebenslauf schreibt. Ich bin froh, dass Sie hierher gekommen sind. Ach ja? Am Anfang wollte es mich noch mit einem Buch vermöbeln. Jetzt habe ich Schulden bei den falschen Leuten. Ich bin hier, um sie loszuwerden. Was denkst du, wieso ich dich hier raushole? Aus Wohltätigkeit? Wer schickt sie? Leute, die meine Schulden übernehmen. Im Austausch gegen dich. Hm. Auch scheiße. Hm. Es juckt mein Arm hier. Wir müssen schauen, dass wir irgendwo wieder einen Automaten finden, dass wir unsere Salze auffüllen können. Schneller. Langweilig. So. Da ist ein Mülleimer, da liegt eine Zuckerwatte. Körbungsarme, so im Verhandel. Hm. Ja, wenigstens wieder ein bisschen plus Salz. Wir brauchen Konkurrenz, wenn er Qualität hat. Oh, ein Automat. Es gibt einen Eindruck. Ach, das ist wieder nur der Boost. Was stirbt? Wo? Umstellt ihn, schnell. So. Ach, das ist wieder das. Nee. Das war's. Noin. Oh. Oh. Vielen Dank.